Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir hauen euch wieder so viel Angeberwissen auf die Ohren, dass ihr mit den Ohren schnackelt. Ja, wir haben heute hier den Marc Hagenbeck im Studio. Hallo und ich bin der Sashi und wir reden heute über den 29. Oktober. Der 29. Oktober, da hat auch ein ganz prominenter Mensch Geburtstag, nämlich Dieter Nuhr. Dieter Nuhr ist 1960 geboren und ist ja Kabarettist, Satiriker oder was auch immer. Wie nennt sich der? Comedian. Comedian, aber ich glaube, er zählt eher zum Kabarett, weil er das sehr aktuell politisch macht. Ich habe ihn mal live gesehen, war ganz gut, aber auch nur ganz gut. Ich finde ihn okay. Nicht immer. Ich kann ihn nicht immer hören. Muss nicht sein. Aber es ist ganz nett. Ganz nett, ja. Am 29. Oktober ist noch was passiert? Ja. Und zwar ist folgendes passiert. 1187, Papst Gregor VIII. verkündet, dass Jerusalem wieder in der Hand der Ungläubigen ist. Und das ist der Auftakt zu den dritten Kreuzzügen. Ach so. Und das war am 29. Oktober und du bist sicher, dass es auf den 29. Oktober gemünzt werden? Also das Datum der 29. Oktober war? Ja. Wann war das? 1100? 1187. 1187, ja mit 29. Oktober. Wie? Ja. Meinst du, die haben das wirklich so weit so genau datieren können? Ich vermute einfach mal, dass es dazu eine päpstliche Bulle geben wird, in der das verbrieft ist. Eine Bulle? Eine Bulle, ja. Was ist das denn? Ein Schriftstück. Aha, das nennt man Bulle? Ja. Ja, aber das ist ja krass, was man hier alles lernt. Ja, was man hier alles lernt. Hammer. Ja, aber ein Fakt des Tages übrigens auch, hat jetzt mit Papst und Bulle nichts zu tun. In einem südamerikanischen Gefängnis gibt es einen Nachtclub. Ja. Es gibt ein südamerikanisches Gefängnis, das hat einen Nachtclub. Muss man sich mal reinziehen. Ich bin nicht ganz sicher, ob da die Mädels rein dürfen oder ob da eventuell nur irgendwie Getränke ausgeschenkt werden. Anti-alkoholisch und laute Musik. Kann ja sein. Kann sein. Fakt ist, Kinder, alle, die euch immer erzählen, dass Verbrechen sich nicht lohnt, die lügen. Ja, meinst du? Ja, siehst du doch. Ja, auf jeden Fall ist es in Südamerika, wenn man in dieses Gefängnis kommt. Also man muss in dieses Gefängnis kommen und dann hat es sich ein bisschen gelohnt. Ich habe auch mal ein Bild für euch. Ja, das ist nicht das Gefängnis, aber es ist ein Gefängnis. Aber das ist eine kleine Rose. Das ist schon eine kleine Rose, seht ihr? Das ist von dem Wächter. Er legt dann so eine kleine Rose aufs Bettchen und dann, erhofft es. Mit diesem Schlusswort wollen wir es auch belassen. Ich sage, cheerio mit Sophie, bis morgen. Tschüssi Kowski.